Äh, wo ist der Ton hin? Hallo? Ohhhh. Was war denn das? Hallo? Achso, okay. Zwangstrennung der, ähm, ähm, der Fritzbox. Äh, 24 Stunden rum. Ja, auch gar nicht mehr Licht, ey. So, hallo? Jo, was denn jetzt los? Ja, du musst Switch neu starten, ne? Äh, Switch hier, aber OBS hier. Jo, da kann ich mir kurz mal was zu trinken holen. Schönen wir mal. Wie ist denn, kommst du da nicht in die andere Nähe? Find ich auch, find ich, Redstone. Ja, nix anders. Ja, Redstone ist ja schon mal schön. Also, unsere Aufzeichnung läuft hier noch, ne? Lass uns jetzt gerne zu. Wir zeichnen lokal weiterhin auf. Das können wir Sven später dann geben, wenn er möchte. Kann auch uns überlegen. Irgendwie. 5, 6 GB. Und auch das, was wir gerade quatschen, ist natürlich jetzt mit drauf alles. So, gelöscht. So, wieder da. Sehr schön. Twitch ist noch aus? Jo, denke ich. Und, wie haben wir uns bis jetzt geschlagen? Jo, würde sagen, gut. Ja. Ja.